Ja, weil eben der Unterricht sehr vielseitig ist. Es wird nicht nur rein einfach unterrichtet. Wir haben Web, Print und Multimedia. Es ist eigentlich von allem was dabei. Und ja, irgendwie findet jeder so seine Richtung, in der ich sich dann einfach hin entwickeln kann. Also das ist eigentlich total super, weil es sind eben Lehrkräfte aus der Praxis. Die haben selbst Agenturerfahrung und erzählen dann manchmal die ein oder andere Anekdote aus dem Agenturalltag. Und ja, dann wissen wir einfach schon mal, was auf uns zukommt. Wir lernen viel, aber mit Spaß. Also mit der Praxisorientierung ist es auf jeden Fall sehr gut, weil wir die Projekte eben in Gruppenarbeit und eigentlich auch im richtigen, quasi einem gefakten Agenturumfeld machen. Das heißt, du bist der Konzeptioner, du bist der Allrounder und du bist der quasi, der sich um den Rest kümmert. Und dann arbeiten wir in Teams zusammen und präsentieren eben auch unsere Projekte.